Hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom 3 BFG Edition und zwar weiß ich gar nicht mehr was da letztens hier war und so, ich hab das irgendwie alles vergessen. Es war ja lange her wo ich das gespielt hab, deswegen schaut einfach die anderen Videos an, wenn ihr wissen wollt was so in den letzten paar Videos passiert ist. So, ich hatte auch eine Fail-Aufnahme und deswegen muss ich das ganze nochmal neu spielen, es sind so ungefähr eine halbe Stunde gewesen, direkt gleich die Spinne hier, ah ich hasse die Spinne, ah ich hasse, ohne Scheiß, alter! Boah, es gibt nichts gruseligeres als Spinnen, rotantenspinnen vor allem. Alter, ich sehne auch vor mir. Was nennt noch welche? Ich glaube ich hab's alle niedergemetzelt. Ah, vielleicht soll ich doch eine andere Waffe nehmen. Ich weiß es, alter! Ich weiß es zwar nicht. So, da hinten ist nix. Da ist auch nix, gut, da können wir mal weiter. Alter! Ist das jetzt nicht das, wo ich gedacht, wo ich schon war? Alter! Ist doch gut jetzt hier! Mein, mein Gott, ey! So, dann nehmen wir mal die Waffe, vielleicht knallt die ja besser rein. Ja klar, sie treffen mich, ja sicher. Ja, uns geht's euch noch gut hier. Durch den ganzen Sif hier durch. Naja, haste wohl, haste wohl so. Ja, genau, leg dich in die Ecke rein, genau. Oh, Alter. Musst du mir so ne Angst einjagen hier, Kollege. Was ist, fand ich nicht korrekt jetzt von dir. Oh. Alter! Es ist, alter. Und jetzt geht's euch noch gut, oder? Hier. Genau, leg dich mal schlafen. Du kannst bestimmt gebrauchen in Schlaf. Da kann man nicht... Ach, da kann man... Ach, da muss man raus, glaube ich, ne? Wie war das? Lol, jetzt hab ich nen Raketenwerfer. Lol, nen Raketenwerfer. Ne Kettensäge fand ich bisher am besten. Gut, dann gehen wir mal... Ach, dann gehen wir mal raus. Äh, die Druckluftschleuse aktivieren und warten einfach. 14,2, weiß nicht. Irgendwie damals immer 12, noch was. Intern. Externe Tür. Okay, da muss man jetzt den Druck abgleichen für den. Okay, jetzt geht der Druck runter. So. Ich weiß gar nicht, ob wir mal lang müssen. Was ist denn hier noch? Ich glaube, ich... Ich hab schon mal jeweils hier gespielt und so. Äh, ja. Ich weiß eigentlich, wo es jetzt hingeht. Da drüben hin. Wir rennen mal ein bisschen. Ah, die Klappe. Oh, Tür öffnen, komm. Gib Gas, gib Gas. Doch. Yeah, ich hab's geschafft. Man muss nicht mehr gegen ein Schwein kämpfen, ey. Diese fliegenden Quallen oder was das darstellen soll. Die sind richtig widerlich, ey. Ah, die Zähne kenne ich. Da will ich nicht so viel verraten. Die ist richtig krass. Lach du nur, du Schwein. Lach du nur. Denn wir sind ganz allein. Lach du Schwein. Ja, dann gucken wir uns jetzt mal ein Video an. Ich glaube, das war jetzt schon die dritte... Wir kommen also voran. Und so verzweifelt auf der Suche nach uns. Nach mir? Kein Grund zur Eile. Ich bin überall. Und alles hier gehört nie. Schade, dass du die Flotte nicht alarmiert hast. Aber das ist egal. Ich rufe sie selbst. Sie eilt herbei und wird von meiner Legion vernichtet. Wir nutzen ihre Schiffe, um die Hölle auf die Erde zu bringen. Du erlebst das nicht mehr. Und du bist tot, bevor du sie fahren kannst. Schwein, ey. Alarmstufe Rot. Was ist jetzt los? So, jetzt haben wir den auch erledigt. Ich habe damals gerätselt, wie es nach oben geht. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Du stellst dich hier rein. Springst hier rüber. Duckst dich ein bisschen. Oh mein Gott. Alter, springen wir noch mal ins Gesicht, du Arsch. Die Lungen werden sich mit toxischen Gasen füllen, hat er gemeint. Da bin ich mir nicht so sicher, ey. So, ich nehme jetzt mal. Nimm mal, da hatte ich Schrotflinde hier ein bisschen. Aber ich glaube, die Waffe ist eh besser. Müssen wir schneller machen hier. Deine Mutter gehört mit dir. Deine Mutter gehört dir, aber nicht mir. So, noch die Rüstung holen. Folgt uns keiner. Ich hoffe nicht. Aber ich will hier ein bisschen durchrushen, weil... Alter! Stell mich doch nicht im Weg hier. Stell dich einfach mitten im Weg rein, du. Gibt's ja nicht. Oh, oh. So. Müssen wir schneller machen. Können wir hier weiter? Nee. Ich glaube, wir mussten sogar hier weiter. Alter, Fettsack. Fettsack-Party. Nur noch 121 Schuss, ist nicht mehr viel. Wir können es aber schaffen. Wir können es schaffen. Ich wasche hier durch. Da ist es nicht. Oh, oh. Ich glaube, jetzt ist das Ende. In der Vorstellung hier. So, da hinten ist noch ein bisschen Munition, habe ich gesehen. Ah, okay. Dann. Dann pumpen wir das Gas ab. Dass die Türen frei werden. Die Türen frei. Hallo. Komm doch. Komm, 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 komm. Ja. Oh, hat er mich nicht erwischt. Oh, der Arme. Bin verarscht jetzt ein bisschen. Entrollen wir mal. Ich spau mal ein bisschen Munition. Lol. Hä? Lol, da sind die. Lol, zerstört ihn. Ja, ist klar, ne? Ja. Ah, ich weiß es. Hier ist noch die ganz heikle Stelle gleich. Da müssen wir mal auf den Raketenmerfer wechseln. So, so heikel war die gar nicht, die Stelle. So, das war mir eigentlich das Heikle. Aber wenn wir reingelaufen, dann wären wir jetzt im Arsch gewesen. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen kann man jetzt hier ganz chillig passieren. Ich komme aus dem Weg, du Arsch. Ah! Alter! Was ist das? Kinder! Boah! Eklig! Hol ab! Ah! Alter, hau ab, ey! Boah! Ja! Geh weg! Was willst du hier? Schau auf zu schreien, du Schwein! Halt's Maul! Wie viel kommt denn noch, ey! Alter, hier ist ein richtiges Blutbad, ey! Ach, da kam da raus, das Schwein. Das ist hier verdammt verdächtig, Roy. Ich wusste, dass er da rauskommt, deswegen habe ich aufs Fass geschossen. Also, soweit habe ich schon gespielt. So, ja, gehen wir weiter. Ich habe ein paar Details vergessen, was schon über drei Wochen her war, wo ich das letzte Mal gezockt habe. Oh! So, man kann dem Typen eigentlich ganz leicht ausweichen. Ah! Einfach Wollen wir uns mal den Aufzug Ich würde sagen, wir bleiben auf der Waffe Alter, haut mal ab, du Scheiße Alter, haut mal ab Waaah! Alter Alter, verpiss dich! Geh weg! Hau ab! Weckschieh! Gefahrenstufe Orange Gefährlicher Toxizitätslevel detektiert Hauertetektlevel Alter! Wir müssen hier schnell durchrushen Ach, ja, ich erinnere mich Oh, oh Ich erinnere mich, jetzt kommt was ganz Lustiges für euch Was ganz Lustiges Fettsack-Style Yeah! Hallo, Papa! Hallo! Willst du einen Kurs ab, ein kleiner? Alter! Alter! Ja, ist klar! Da stehen direkt zwei Ja Auf dem steht nicht noch einer Oder so Alter! Das hört sich so verdammt nah an Wo ist der? Alter! Ja, ist klar! Ein besiegter Direkt der nächste hier Ist klar Was geht's euch gut hier? Nehmen wir uns mal direkt den geilen Raketenwerfer Alter! Ist der jetzt tot, der Fettsack? Alter, ich hasse diese Dreckschiecher Alter, haut mal ab hier Alter! Alter! Hau ab, du Drecks! Alter! Wo bist du? Alter! Alter! Hau mal ab hier! Boah! Alter! 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 Mein Gott! Verzeiht mir, dass ich immer Alter sage Aber das ist halt so eine Angewohnheit von mir Die man nicht so schnell abgewöhnen kann Ihr kennt das bestimmt Ach, da kamen die Fettsäcke raus So Aber wo geht's jetzt lang? Ach, nach oben geht's Nach oben Verreckt, ihr Scheißviecher So Jetzt sehen wir Nicht sicher Ey Ich weiß, dass da Ich weiß, dass da hinten dran welche stehen Deswegen So einfach geht's Oh, Lift rufen Rufen wir den mal Dann ist auch nichts mehr, oder? Ne Ey, du sollst offen bleiben Ich hab dich gerufen Der Tod ist nicht das Ende Deine Seele wird ewig in der Hölle brennen Ja, deine Mutter wird auch brennen Wenn ich mit ihr fertig bin In der Hölle schmoren wird deine Mutter Ach, ich muss jetzt hier die Belüftung einschalten Weil er mich vergassen will Die Schweinesau So So, wir rennen mal schnell Ach, shit Achso Hier können wir noch auffüllen Alter Ich benutze mir jetzt öfters Granaten und so Weil Ich bin mir eigentlich auch so stark overpowered Hier liegt noch ein PDA Bis hierhin habe ich gespielt Und nicht weiter Ja, und ich würde sagen Ähm Das ist da hinten Da ist nichts Wir haben jetzt hier abgeschalten Wir haben jetzt hier abgeschalten Ja, da hat er gesagt Bitte hol Leute Also die Army vom Weltraum Die haben wir aber abgelehnt Und jetzt holt er sie aber trotzdem Also hätten wir Egal was wir machen hätten können Wäre es egal gewesen Ich bin gerade verwirrt Es wäre egal gewesen Was wir gesagt hätten Weil am Ende wäre es eh anders rausgekommen Wir gucken noch mal kurz in PDA Keine Dinger sind drauf Keine Audio-Loks Dann können wir die leider nicht lesen Ja Der schläft hier ein bisschen Wir haben ein bisschen Arschkriechen hier Na mein Süßer Na mein Süßer Wollen wir mal einen Horrorfilm drehen Oh, oh, sorry Oh Das wollte ich nicht Ich wollte doch nur andeuten Oh mein Gott Ich weiß nicht Was nicht da erwarten wird Ja, wir machen es mal so Wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder von Doom 3 Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht Ja, und Ich werde es nicht mehr so oft wiederholen Was ich in der letzten Folge gemacht habe Weil ich es echt nicht mehr weiß Und ich habe ein Kurzzeitgedächtnis Ja Dann haut rein Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.